. . . . . . . . . Bam, bam, stirbt einer an meinen Fisch. Bam. Oh, nein, 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 sie schießt noch nicht. Ja, Hitman 2. Okay, okay, ein paar von euch kennen bestimmt Hitman 2. Für die, die es nicht kennen, erkläre ich es mal ganz kurz. Ich bin ein Typ mit einer Glatze, mit einem Kot auf dem Kopf und habe meistens ein Smoking an und ich bringe Menschen auf die dümmste, aber auch witzigsten Weisen um. Und ja, das war es eigentlich. Aber Leute, ich kann euch versprechen, das Video ist mega unterhaltsam und da ist sehr viel Arbeit drin, deswegen würde ich mir natürlich selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ja, ihr müsst es nicht machen, wäre aber mega nett. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Mission. Unsere Ziele für diese Mission sind Robert und Sierra Knox. Robert Knox ist ein Technikgenie bei Kronstadt Industries und bringt die Technologie bis an die Grenzen mit seinem Wissen. Seine Tochter, Sierra Knox hingegen, ist eine intelligente und talentierte Rennfahrerin. Also wird es unsere heutige Mission sein, Robert und Sierra Knox auszuschalten. Die Waffen dafür, eine schallgenämpfte Pistole, Münzen und einen Fisch. Okay, Leute, die Frage ist jetzt, wo gehen wir lang? Links unten, in der Mitte, wo ein Security-Typ steht oder rechts? Wo zwei Security-Typen stehen, einer links, einer rechts. Oh ja, ich sehe dich. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach durch die Mitte, ist so wie der Vogel. Ich meine, der kommt ja auch easy durch, ne? Okay, okay, ich gehe wieder zurück. Ich gehe zurück, ich gehe zurück, es tut mir leid. Ich gehe... Okay. Oh, das ist nicht andere Fischattacke. Ah, 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 nein, 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 nein. Ich falle nicht auf, ich falle nicht auf. No! Okay, wie in einem anderen Weg, wir gehen jetzt einfach hier unten lang. Ich glaube, hier unten ist es eh viel besser. Außer dann gibt es hier ein Echo. 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 Alter, spielt so gute Musik. Einfach mal das Geld klauen? Wie ehrenlos muss man sein. Wir müssen jetzt irgendwie in das Gebäude reinkommen. Einfach reingehen kann ich nicht, weil hier ja Mr. Security-Typ wieder rumstehen muss. Deswegen müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Kann mich hier hinten vielleicht lang? Achso, ich brauche eine Brechstange oder einen Dietrich, um da reinzukommen. Und ich habe beides nicht. Ja, geil. Okay, dann, äh... Müssen wir einen Dietrich oder eine Brechstange finden? Ich hatte eine Brechstange gefunden. Nur das Problem ist... Da oben ist eine Kamera und die Kamera darf uns nicht filmen, wie wir die Brechstange klauen. Yeah! Guck mal, wer im Fernsehen ist! Woo! Okay, okay, wir machen jetzt die Kamera kaputt. Mit dem Fisch. Okay, war ein Versuch wert. Keep... Wait, rein theoretisch gesehen, könnte ich hier unten reingehen, aber hier ist es irgendwie ein bisschen gruselig. Und diese Echo... Äh... I don't like it! Okay, Brechstange haben wir. Ha! Aufgeknackt. Okay, was haben wir hier? Wasserhahn, Elektro-Ding, Schaufel und ein Kanister? Okay, wir müssen jetzt irgendwie jemanden anlocken. Generator an... Und... Wasser an... Oh, no! Oh mein Gott! Ich bin so laut! Okay, jetzt aber. Münze fein lassen. Wasser machen. Generator zum Schluss anmachen. Oh, okay, hat's bemerkt, hat's bemerkt. Komm schon, lauf in meine Falle. Ich bin auch einmal reingelaufen. Sei bitte so dumm wie ich. Nani? Oh, ich glaube, er sieht die Münze jetzt. Oh mein Gott, das ist meine Chance, oder? Ich lau einfach hin und mach das an. Ja, ja, ja. Ja! Es hat geklappt! Es hat geklappt. Oh ja, jetzt bin ich auch ein Security-Dude, Alter. Komm mal mit, mein Freund. Oh, ziehen wir dich hin. Kannst du dich hier reinwerfen? Und jetzt? Schreitern, Schitter! Oh mein Gott, no way! Und schreitern! Ja! Ja, jetzt kommen wir hier rein, oder? Oh ja. Easy, Alter. Jetzt müssen wir nur noch diesen Robot Nox finden. Der ist da hinten oben, okay. Und da fährt diese andere. Da oben, kann ich das abschießen? Oh mein Gott, wenn das klappt, ne? No way, dass das gerade geklappt hat. Ich bin einfach ein Genie. Was mach ich jetzt mit euch? Komm mal mit. Natürlich geht das. Bye, bye. Yeet. Komm, komm, komm. Und hops. Junge, wenn ich das nicht gerade mega heftig gemacht habe, dann... Keine Ahnung. Hallo? Oh yes. Dich nehme ich mal mit, mein Freund. Dich nehme ich mit. Okay, ich habe zwar immer noch keinen Plan, wie ich da, äh, zum Typen nach oben komme, außer den Treppen. Aber da sind überall Kameras. Deshalb besorgen wir uns jetzt einfach so ein Outfit, was die haben. Vielleicht geht es damit. Radio an. Oh mein Gott, wie ich ihn gekillt habe. Hier bleibst du liegen, okay? So, jetzt können wir hier, glaube ich, nach oben gehen, ohne, dass die Kamera es komisch findet, dass ich hier, oh... Ey, die Kamerad mich trotzdem gefilmt. Oh, so viele Roboter. Darf ich hier rein? Ja, okay, hier darf ich nicht... Das ist er. Das ist die Typ. Oh mein Gott, die müssen wir... Oh shit. Darf ich hier lang gehen? Oh nein, ich darf hier nicht lang gehen. Ich bin umziehen. Alles gut. Hä? Wie kann ich ihn heimlich töten? Okay, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, wo ich ihn töten kann. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein anderes Outfit, damit mich die anderen hier nicht, äh, erkennen. Jetzt verkleide ich mich jetzt eher und dann komme ich jeweils lang. Hahaha. Komm mal her, mein Freund. Ich praktiziere jetzt hier einfach mal rein. Ja, du hast deine Aufgabe gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay, okay, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum zum Teufel hänge ich hier an dieser Kommission kannte. Das liegt daran, dass ich eben den Scheiterhaus gemacht habe und jetzt hoffe, dass ein Arzt, der gleich reinkommen wird und ich ihn dann runterziehen kann. Ja, es ist ein dummer Plan, aber ich habe Vertrauen in den Plan, okay? No way. Hm. Ja! Also, dass es geklappt hat. Oh yeah! Ich sehe sexy aus als Doktor. Oh, Mist, da kommt noch einer. Oh shit, da kommt noch einer. Noch einer hat mich bemerkt. Hello! Yeet! Du kommst jetzt hier mit rein. Ach man, da kommt noch jemand. Das kann doch nicht sein. Yeet! Oh, ist es voll? Äh, dann musst du leider hierbleiben. Okay, ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan, wo ich bin, was ich mache und wie ich ihn töten kann. Er ist da unten. Er kommt jetzt nach oben. Einfach töten wäre ja langweilig. Das heißt, wir müssen es irgendwie besonders machen. Aber wie? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Kann ich irgendwas mit den Robotern hier machen? Bild scannen. Aufnahme von Sierra Knox und Aufnahme von Robot Knox? Von wo habe ich überhaupt diese Bäder? Obwohl, ich weiß von wo. Wait, das ist voll lange her. Ich habe einfach alles eingesammelt, wie ich es gesehen habe. Okay, aber wenn er die Bäder scannt, schießt er die dann ab oder wie läuft das Ganze? Hmm. Wir müssen das herausfinden. Das heißt, wir warten jetzt so lange, bis dieser Robot Knox hier reinkommt. Ist der da ganz hinten? Nee, er ist hier vorne. Wait, wenn er jetzt hier reingeht, ne? Oh mein Gott, ich glaube, das war der Masterplan. Oh, wer kommt da? Ja. Ja. Oh my Gott, oh my Gott, oh my Gott. Wenn es das klappt, ne? Robot Knox. No way. No way, das klappt. Oh my Gott, oh my Gott, what me is hier? Ist das Derek? Das Derek, oder? Das ist auch schon Derek. Ja, oh my Gott. Let's go. Oh shit, ich muss weg. Oh shit, ich muss weg. Oh oh, ich bin verdächtig. Oh my Gott, lauf. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Okay, Leute, wir brauchen ein anderes Outfit. Das Outfit ist gut, ja. Genau das brauchen wir. Pats. Junge, das war gut. Der Fisch ist einfach OP. So. Ihr seid jetzt zwei Freunde. Ihr könnt da drinnen machen, was ihr wollt. Ich werde nicht hingucken, okay? Ich glaube, wir können hier lang gehen. Yes. Wir können ja immer noch rennen, Alter. Oh, hallo, hübscher Mann. Bitte sagen, ich kann nur runterwerfen. Ja, ich kann ihn schubsen. Ja. Easy kill. Ah, ja. Okay, okay, okay. Ich bin ein wenig verwurrt, aber... Das ist der Anfang. Das heißt, ich bin hinterher der feindlichen Kampflinie. Wir brauchen ein anderes Outfit. Ein besseres Outfit. Aber wo kriegen wir das her? Das Outfit, was er hat, das brauchen wir. Fisch an Hacke. Quats. Boom. Ha, ha, ha. Und das geht nicht brechen. Gut. So. Hintertür aufgeschlossen. Kein Plan, wo ich lang muss, Leute. Ich finde aber irgendwie immer irgendeinen Weg. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es einen Typen mit einem gelben Hut irgendwie und einem gelben Outfit. Und den müssen wir finden und töten und seinen Anzug nehmen. Das weiß ich. Unbefugtes Betreten. Wie kann ich ein Outfit von denen bekommen? Wenn ich den Generator ausschalte, dann kommt jemand, ne? Dann gehe ich hier rein und dann... Jetzt kommt jemand und... BAM! Easy. Okay. Super einfach. Da rein. Kann ich einfach an die vorbeigehen? Okay. Vielen Dank. Okay. Diesen Typen hier vorne, Leute. Von dem brauche ich das Outfit. Denn der ist ein Rennfahrer. Und ich bin keiner. Da stört mich. Muss doch irgendwo einen Weg geben, oder? Oh, ein Staubzeuger. Lul. Da ist er. Batsch. Komm her. Oh, ich hab die Scheibe kaputt gemacht. Das ist nicht mein Plan gewesen. Oder warte mal. Wenn ich sein Outfit nehme, dann falle ich doch gar nicht auf. Oh mein Gott. Das ist so viel schlauer, Alter. Komm mal her, mein Freund. So, ich fahre absolut null auf. Kann ich hier irgendwie bei dem trinken? Ich kann ein Rattengift reinmachen. Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut. So, jetzt musst du noch der komische Typ. Mit den Dings. Ja. Ja, ja, ja. Als ob ihr zum Getränk geht. No way. Oh, nein. Er geht vorbei. Ach, Mann. Was macht er denn jetzt da? Okay. Keine Ahnung, was es gebracht hat. Komm schon. Du musst nur noch von dem Getränk was trinken. Ich hab dir so schön was angemischt. Jetzt sei mal nicht so. Steh. Ja, ja, ja. Jetzt geht er hin, oder? Jetzt geht er hin. Er hat Durst. Er hat Durst. Er hat sowas von Durst. Oh mein Gott, er sieht so durstig aus. Ja. Ja. Trinke es. Ich würde mich auch nicht so gut fühlen, wenn ich das trinken würde. Oh, ja. Oh mein Gott, das ist es. Oh, ja. Ich komm einfach mit, Bro. Ich komm einfach mit. Das Game ist zu easy, Alter. Ja. Komm. Ja. Erbrächt dich schön, mein Junge. Erbrächt dich schön. Weißt du was? Er trinke. Er trink in deiner Kotze. Ja. 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 Und er ist tot. So, okay. Jetzt haben wir das Outfit von diesen komischen Müsli-Li oder so. Er hat so ganz komischen Namen. Hmm. Ich kann hier viele Sachen vergiften. Zum Beispiel das Essen. Oder das hier vorne. Aber wenn ich das vergifte, 100 pro, das fällt auf. Ich brauche irgendwie ein Koch-Outfit. Hallo. Ist hier ein Koch? Ja. Okay, ihr beiden. Es tut mir mega leid, aber ich muss euch töten. Mit dem Fisch. Ah. Keine Chance. Es tut mir leid. Okay. Kann ich das Trinken jetzt easy vergiften? Ohne dass irgendwer bemerkt. Einfach das Gift reinmachen. Perfekt. Und jetzt ziehen wir uns das andere Outfit wieder an. Komm, wir trinken. Komm, wir trinken. Komm, wir trinken. Komm, wir trinken. Ja, ja, ja. Ich bin ready zum Trinken. Oh, ja. Ja, let's go. Okay. Sechs Drinks und einer hat scharfe Soße. Hust, hust. Ich nehme einfach den hier. Cheers. Easy. Oh, ist er das? Oh. Wait, dann musst du nur noch den trinken. Das heißt, der letzte ist der mit Chili. Oh mein Gott. Ja. Ja. Trink den mit Chili. Trink den mit Chili. Ja. 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 Sie brennen. Ach, ja. Ich habe sie gekehlt. Jetzt müssen wir nur noch rausgehen, Leute. Und dann haben wir alles geschafft. Okay. GG, Leute. Ha. Okay, Leute. Bevor wir jetzt aber rausgehen, würde ich sagen, haben wir noch ein paar Menschen mit dem Fischi. Bats. Oh, ja. Oh, ja. Bam, bam. Klappe. Klappe. Bam. Oh, oh. Alle schießen. Oh mein Gott. Ah. Ah. Okay, ich schaffe es. Ich schaffe es. Haha. Komm schon. Easy. Keine Probleme, Leute. Ha. Und noch ein paar mit dem Fischgekehlt. So muss das sein. Ha. Okay, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr von Hitman 2 sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, welche Mission ich noch machen soll. Es gibt nämlich noch viele Zielorte. Ich habe jetzt Miami gemacht. Es gibt noch Santa, Fortuna, Mumbai und so weiter und so weiter. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall aktiver auf meinem Hauptkanal. Yay. Endlich. Deswegen würde ich mich selber ein Abo freuen, falls ihr noch mehr Videos sehen wollt. Und, ja. Rechts kommt jetzt mein letztes Video und links könnt ihr mich abonnieren, falls ihr es noch nicht bewusst seid. Und ich würde sagen, das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Ciao.